Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes. Das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen darunter und stehlen, was wir können. Das Weltengrab befindet sich tief in ihrer Festung. Laut dem Geist, den wir gefunden haben, gibt es dort einen alten Ritter, der ist beschützt. Ich kann uns hinführen, aber wir müssen ihn bekämpfen, um das Grab zu finden. So. Ach, scheiße, das Ding hat bloß. Ich habe neue Waffen, aber wie ich sehe, das Ding hat bloß drei Kugeln drin. Ich habe ein paar Rates, weil ich so etwas schimpfte, spielt. Und ein bisschen was abgegeben. Ob sich das nun gelohnt hat, ist eine andere Frage. Weil ich wollte ein anderes Level spielen, bin aber elendlich verreckt. Ich habe's ver сталиfach. Also, jetzt auf22, muss ich das Hadronita ausgehen. Und er hat mir etwas gelohnt. und mit unzähligen Kammern und Katakomben gefüllt. Und bloß hier runterfallen? Da unten ist eine ganze Mikropole. Das hört sich nicht sehr gut an. Ne, war der extra. Wo denn? Wo denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen ihn töten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, come here! Oh, nein, 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 nein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Um... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, Mensch... Ich will die Knarre hochkriegen... ... 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 das ist der schlüssel zum grab okay ich weiß wo wir hin müssen wo es tut das sollte uns direkt zum grab führen zum welten grab nicht zu unserem so weißt dass ich meine ich glaube eigentlich eher zu mein grab aber okay ja okay Na. Da. Da ist es. Da. 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 Come Wallace. Ah, come. Okay, sobald ich eindringe, werden sie hinter uns her sein. Also Augen auf. Okay, sobald ich. Da ist so viel. Sie haben die Bekensteingrenze durchbrochen. Okay, sobald ich. Okay. Okay, ich habe alles. Die Schar hat gesehen, wie die Dunkelheit tausende von Welten verschlungen hat. Und sie verstreut ihre Saat schon seit Jahrhunderten auf der Erde, während sie auf die Rückkehr ihrer Götter wartet. Ich warne die Stadt. Verschwinden wir. So, heute Nachhinein. Schön. 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 Schön.